Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in Wadenburg gegen einen Baum gefahren. Der Garrela kam auf der Garrela-Straße in Charlottenorf-West aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Stamm. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Notarzt begleitet in das Klinikum Oldenburg transportiert. Es entstand Totalschaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017